hallo liebe fußballfreunde ja einen schönen vierten advent wünsche ich euch ja und ein neues fußballquiz habe ich natürlich für euch ein champions league quiz von 2020 21 heute müsst ihr raten wer von den beiden spielern die meisten scorer punkte hat also tore und vorlage dann viel spaß Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020